Ich bin mal gespannt. Der Bike hat letztes Mal 3-0 gewonnen und letztes Jahr auf den Kreismeisterschaften habe ich 3-1 gewonnen. Jetzt wird es interessant. Der Bike hat letztes Mal 3-1 gewonnen. 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 Wow! Das war ein Fußballwechsel. Jetzt machst du wieder den Scheißfehler! Alex! 1 bis 2.000 1 bis 2.000 1 bis 4.000 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.